Willkommen zum DAX-Check, liebe Zuschauer. Wir starten in eine neue Handelswoche und blicken natürlich auf den Leitindex mit Thomas Bergmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sehen jetzt auch schon die Kurstafel. Der aktuelle Stand der DAX ist mit Tür nahezu unverändert in den neuen Handelstag, in die neue Handelswoche gestartet. Wir haben letzte Woche ein Minus eingefahren von 0,7 Prozent. Lag natürlich vor allem an den Verlusten am Mittwoch und am Donnerstag. Die waren dann doch recht heftig, weil davor hatten wir noch eine Allzeithoch, aber da sind wir jetzt schon wieder einige Punkte von entfernt mittlerweile. Ja. 250 ungefähr. Ja, wir hängen etwas am Euro, wobei der jetzt mit 1,24 sich nicht groß bewegt hat. Amis hatten am Freitag nochmal zugelegt, deutlich zugelegt, neue Rekorde, aber hierzulande fehlt irgendwie das Vertrauen. Ich weiß nicht in was, aber wir tun uns sehr schwer eben ja die Rally in Amerika mitzugehen. Es gibt ja jetzt auch diese Woche ein paar wieder neue Einflussfaktoren, fast neue, aber die FED wird sich treffen, die Bilanzsaison wird in Deutschland. Genau, und die Bilanzsaison, die geht ja richtig in die heiße Phase. Vor allem in Amerika, in Deutschland geht es langsam los. SAP 30. mit Zahlen, einer der DAX-Schwergewichte. Ja, hier nochmal zum Chart. Wir sehen es, wir sind leider unter diese 13,380 zurückgefallen. Jetzt haben wir eben diese Range wieder, die uns beschäftigen könnte, wenn wir nicht schnell wieder da rausgehen zwischen 13,2 und eben da oben. Aber ja, grundsätzlich ist jetzt nicht viel passiert, aber die Underperformance zum Dow Jones ist natürlich schon gravierend. Die ist mittlerweile sehr markant, aber dadurch, dass da sich jetzt wenig tut, gibt es natürlich auch noch kein neues Produkt. So schaut es aus. Wir bewegen uns, wie gesagt, wieder seitwärts. Bietet sich natürlich an, wenn wir wieder neue Hochs machen, da auf der Longseite einzusteigen. Vielleicht schon ein bisschen früher das Ganze antizipieren, sollten wir wieder über 13.400 rausgehen. Aber ja, zurzeit drängt sich einfach nichts auf. Wir hängen da fest in dieser Range. Ist eine schwierige Situation eben, weil der Euro mit Sicherheit die Q4-Bilanzen etwas belasten wird und vielleicht auch den Ausblick. Also ja, man muss einfach wachsam sein. Also Aktienpositionen, die man längerfristig halten will, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das bleibt auf jeden Fall im Depot. Aber fürs Trading ist es natürlich sehr schwer. Okay, dann warst du das mal für heute. Morgen blicken wir wieder auf den DAX. Dankeschön, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Wie gesagt, morgen 9.30 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin.